Die Schwangere Anne-Marie Carpendale so sexy wie noch nie Das Moderatorenpaar Anne-Marie und Wajne Carpendale überraschte bereits Anfang November seine Fans. Mit einem süßen Bauchbild ließ das Bärchen endlich die sehnlichst erwartete Barbie-Bombe platzen. Seither jagt ein schöner Schnappschuss den Nächsten. Aber wer meint, das TV-Sternchen-Verfall jetzt an den Kuschelwahn, der irrt. Jetzt präsentiert sich die werdende Mama so heiß wie noch nie. Bei einem gemeinsamen Urlaub auf Mauritius genießen die Waldeltern derzeit ein paar ruhige Tage zu zweit. Via Instagram zeigte sich das TV-Sternchen jetzt im knallroten Badeanzug, der nur aus ein paar Schnüren besteht und dadurch einen freien Blick auf den wachsenden Barbie-Bauch gewährt. Doch von einer prallen Kugel kann noch immer nicht die Rede sein. Starte deine Woche mit etwas Farbe, kommentierte die 40-Jährige ihr Selfie. Die Sonne und die Ruhe scheinen der Schwangeren auf jeden Fall besonders gut zu tun. Das Strahlen in ihrem Gesicht spricht Bände. Ihre Follower überschütten sie für das Sexy-Pick geradezu mit Komplimenten wie wo, mega hübsch und mit Abstand das Schönste, was das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Da ist der werdende Papa sicherlich so stolz auf seine Frau. Ob das erste gemeinsame Kind ein Mädchen oder ein Junge wird, haben die werdenden Eltern übrigens noch nicht verraten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017